Gemeinsam mit der Stadtsparkasse München öffnet die Industriehalle eines Kreativlabels ihr Büro für exklusive Gäste. Eine experimentelle Verbindung aus Musik und Licht verwandelt den Arbeitsraum in einen unvergleichlichen Konzertsaal. Von unten ertönen erste Klänge der Münchner Symphoniker. Das Orchester ist noch im Dunkeln verborgen. Denn erst wenn ein Ton anklingt, reagieren die Schreibtischlampen und illuminieren den jeweiligen Künstler. Das Licht stellt so nach und nach 15 Solo-Instrumente vor. Die Klangmuster der Musiker verbinden sich mit Lichtimpulsen. Die experimentelle Lichtinszenierung mündet in ein furioses Finale. Die Gäste mischen sich in einem zweiten Raum unter die Orchesterstimmen und werden zum Teil der Klanginstallation. Musik Applaus 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 Vielen Dank.